Du bist aber schlecht das Mini spielst du? Das Mini spielst du? Ey, unten! Unten, dann kommst du auf das Bankfeld und musst nicht latzen Dann komm ich auf das Browserfeld Hä? Nein! Okay Das ist ja bei 2 Pfff, oh! Ich hab schon fast gedacht, aber diesmal gewinne ich ey! Ey, du hast nichts zu verlieren, geh einfach auf den Fetten! Ey, dann kann ich das nächste mal eventuell sogar... Ey... Oder du, äh, setzt sicher... 64! Mach auf den, mach auf den klein! Das kann ich... Der wird nicht, äh, gewinnen Doch, der Kleine gewinnt diesmal Bei 64 Doch, der gewinnt Ey, guck mal, Evan food 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 Evan eaten since morning, ey Ey Unten! Ey, Papi braucht ein neues Paar Schuhe! Das funktioniert eh nicht, aber komm, einfach mal gemacht Ey, nicht bei 64 Papi braucht ein neues Paar Schuhe Doch! Ne Daher, guck mal, er fängt an Ach Nicht, weil ich nicht mal die kleine Erdbeere da hier Nichts gegessen Es war's wert, weil es so einfach mal machen Denn den Stern holen, aber nur Ob, äh, nein, ich muss noch am Bankfeld vorbei Stimmt 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 Doch Doch einmal Was macht das denn das alte Nummer? Damit kannst du das auf den Scheigei-Feld Ah Ah Tschüss Gut, dass du 35 so unten gemacht hast Ey, wie so immer ihr crazy cox Boom Boom Da rennst du den Hügel hoch und du musst versuchen uns mit dem Ball abzuwerfen Lass deine Bälle hüpfen Geht das Ja, so Ja, wie schmeiß ich die Bälle? Mit zeitverschaffig, glaube ich, oder? Ah Aha Auf den dicken da unten Äh, nicht du, ey Nein Ey, Homeroid von Luigi Bam Ihr wollt nur da stehen, wo die Gäse Ey, alle stehen richtig schön bei ihren Namen So schön F*** dich doch, ey Fuck you, ey Fuck you Fuck you Ich hab keine Oh doch, ich hab Toll Pfff 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 Ja, ich hab keine Blabla Oh Pfff Pfff Ich hab auch mit eurem Beliebungen Das war eh ich 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 Pfff Geil, Nico Pfff Pfff Es wird nix Lass nicht Mh, das bleibt nicht der dr Die D Darf sie Hollows Port E F*** Das ist ein Münster abspacken pf F*** No way Pff Waze 64. Nein Man kann Begele Wenn sie es Sieben Dassel das wäre geil auch einst die Regeln an der es gibt ja nicht so was muss jetzt machen in Sonnenspreise er hat wurde jeder vor er kann nicht mehr er hat weich das so gleichstand jetzt er wird noch mal er ist raus er ist raus du könntest jetzt noch mal versuchen nur drei das ist doch ein eigener ey viermal viermal erhöhen ist schon vier das ist ja nicht viermal erhöhen da jetzt gar nicht gewinnen auf sieben auf die sieben genau kommt dann kriegt er ehemal aber ich glaube nicht dass er das kompakt die herrfe ersterntaler mit dem Affen er will da raus alle wollen das geheißene Land mehr Münzen noch viel mehr Münzen noch viel mehr er hat näher ordentlich das ich wollte mit dem hund äh rechtse ist recht der ist rechtse goldene mitte ist Meister du schaffst das ich glaube an dich die 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 alles weg hat er hat alles verloren in einer Runde war es geil gesagt ich finde es schön ich finde es auch schön und wir gucken ich will ins gelobte land zurück ist so schön der hendrik hat meine attitüde angenommen alles nur das sabotieren darum das jahr gesagt hat er nicht sie war ja nach in der aufnahme der mutter sagt immer ja das was mit meiner mutter jung der ticket ist voll der mother fucker auch mit meinten sind einfach alle ist kein kostenlos ich bin erster ist wenn mal wieder für hier wie heißt das stack deck wo man auf die karte muss ich werde mich nicht mal anstrengt das ist ich habe es mir schon mal privat angesehen du drehst einfach nur voll durch ich weiß aber nicht ob ich ob ich das jemals so schnell hinkriegen würde tendenziell eher wo kommen die blöcke bei mir her egal wie ich mich anstrenge es ist immer besser das ist halt der heilige gesetz das ist halt einfach sein spiel weißt du teils hilfe nämlich verbaut was ich wollte so schnell machen wie er geht aber nicht dazu brauchst du voll das donkey gehören also du musst denken wie ein affe blöcke 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 okay alles alles noch im charmanten bereich blöcke wie soll man das denn schaffen eh 101 weißt du hey es reicht noch nicht mal 100 punkte er macht 101 draus ey nur einer konnte ihn bis jetzt schlagen das war stefan echt da hab ich auch noch nicht diese taktik genommen das ist nur ein minispiel von vielen von 35 von 35 das sind ja ein bisschen mehr du hast ja noch diese gegeneinanderspiele äh nö ey ne 1 ne 1 ja ne 2 meinte ich natürlich ne 2 meinte ich natürlich ne leute ne nö 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 h nö 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 Master Beta wirst du! Ey, der Master Beta! Ey, komm, gibts mir einen richtig harten Trick mit Shad's Time! Oh! Oh, alle Funzen! Ey, zu mir, komm! Oh! Von Donkey! So ein Mist! Oh, ey, Shad's Time, ey, Shad's Time! Alle anderen wären ein bisschen... Absturz! Muss erstmal der Erstplatz-Duty wieder ran, hier, ne? Mal gucken, ich muss den lang... nach links! Ey, geil! Ey, zwei Runden hintereinander, Shad's Time weg! Ey! Bo, ey! Guck, weg! Fetzt weg, ey! Ja! 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 Bo, Ritz! Ja! Chill! Ja! Wie ist hier abgeht, ey! Ja! Ja! Bist wie deine Mutter, Mose! Ja! 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 Wie ich weiß, wie eine hat! Wie schäck ich dir, hey! Mein Meister! Boah! roah! Wie war er, ey, Mario Wein? Na klar? Hey, Houdin! Oh, nein, ey, ey, das Church Podcast ist! Heidensee! Heidensee! Heidensee, geil! Wobei das kann man sogar gewinnen, stimmt! Weiß zwar nicht wir, aber... Kann man nicht gewinnen, wohl! Ich muss darauf achten, wo wir hintrennen! Du, 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 du Wen soll ich denn jetzt suchen? Ja, hier ist mal einer Oh, was? Oh, was? Ich gehe nach oben Ich bin schon mal raus, dann seid ihr dahin Was? Hey, sag ich, ich gehe runter, geh du nach oben, dann haben wir gewonnen Geh du einfach nach oben Toll Worin ist es denn? Nicht, da ging viel Tafel Gewonnen Oh, Mann Boom Donkey hat keinen Bock mehr auf diesen Kindergarten Richtig Kein Bock auf verstecken, oder wie? Ich gehe ein Trinken, dachte er sich so Ey Sie weiß, was mich richtig aufregt Wenn es an der Tür klingelt, ja? Was, meine Mutter? Die hat einen Schlüssel dabei Aber ich muss trotzdem Warum klingelt die? Boah Das hat jetzt keiner verstanden Außer hier, aber egal Geil Komm her Komm her Komm her Hallo 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 Ey, Münzen Ich bin jetzt mal so gut Wunder Ich bin mal so gut full Ich bin mal so gut Cool Ich bin mal so gut Ich bin mal so gut toll heißt gewinnt das klar so nie gewohnt er tut es aber jetzt weil ich wollte ich glaube der karte und peter es ist ja deswegen hat auch gemacht wird zuerst siehst du siehst du siehst du schaust auch genau hin abacadabra siehst du das siehst du es jetzt spielen wir sowieso noch mal die stelle der stelle obwohl du kaputt bei uns in der stelle es bleibt da und steckt der bleibt er hat ihn aus der Klinik ich gehe nach links ich bin aber als noch mal Battle 30, komm 50 0 20 Das ist geil Okay, das ist geil Jetzt Deck Deck bitte, oder? Ey, Deck Deck, bei geil, oh Ja, ja, ja Ey, der Algorithmus Es gibt keinen Algorithmus Boah, es gibt sowas von Algorithmus Der einzige Algorithmus ist, ey Der mal wieder kehrt, ey, das ist bei deiner Mutter im Bett lang Ey, ey, hüpf Jetzt war ein schön bisschen alten Tobi raus Alten Tobi, ey Rest du, ey Na, das war's für mich Der Algorithmus hat gut funktioniert Erst mal den stinkenden, ey Schau's mit die Ich glaube, jetzt erst mal rot Mach doch Spaaat Hä? Spaaat Spaaat Wir haben aber drüber gesprungen Das ist aber nicht Das ist unfair, wenn ich jetzt gebissen werde Nö, er hat's immer nur Varios Fell Nein Ich war doch gar nicht auf dem Rot, ey Spaaat 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 Wegen dem BlackBare hier Ich bin jetzt Ich bin jetzt infiziert, ey Oh fuck, ey Ey, es hat sich angestrengt, ey Ja, man kann sich hier so stark anstrengen bei diesem Spiel Nein, das meinte ich ja, weil der Freund meinte, er hat sich angestrengt Egal, zweiter Platz Kein Verluste Ja Doch, hast du 2, 4 Minz Schnitt Schnitt Schnitt